Hallo ihr lieben Menschen da draußen an dem Bildschirm, willkommen bei einer weiteren Newcomer-TV-Magazin-Folge. Und wir gehen zurück in die am Wochenende stattgefundene vierte Newcomer-TV-Nacht in der Portschraße Jugend und Kultur am Fuße des Taunus. Es war ein fantastisches Wetter. Der 30. Juni, der letzte Tag in diesem wunderbaren Wonne-Monat. Und wir hatten vier fantastische Bands, die wir aufgezeichnet haben. Und ich möchte euch in dieser Folge die ersten zwei Bands vorstellen. Und wir fangen an mit einer Band, die im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich noch Alternative-Indie-Rock machen. Die aus Frankfurt kommen, die sich kurz vor der Pandemie 2020 gegründet haben und sich ewige Freundschaft geschworen haben. Eine fantastische Band in den Startschuhen und haben einen wirklich super Konzert hingelegt. Und auch im Interview echt Jungs, die man gerne mit nach Hause nimmt und mit denen man dann irgendwie zu Abend isst oder das Frühstück teilt. Oder vielleicht sogar die Nacht verbringt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall viel Spaß jetzt mit dem Konzert von Quantil. Wie geht's 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 mit dem Konzert von Quantil. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also jeder für sich Musik gemacht und dann irgendwann in irgendeiner Kneipe beim 15. Bier, habt ihr euch getroffen oder wie ist das passiert? Ja, wir haben uns über gemeinsame Freunde kennengelernt, eigentlich relativ unspektakulär, kann man sagen. Das heißt, erst mal gesprochen miteinander oder habt ihr gleich zusammen in den Proberaum gegangen und habt Musik gemacht? Ja, wir wussten schon irgendwie, also Nico und Manu haben sich auf der Arbeit kennengelernt und kannten mich halt und haben dann gesagt, wir haben hier eine Alternative Band und haben gehört, dass du Schlagzeug spielst, hast du Bock mitzumachen und dann habe ich mir das mal angehört, was die so machen und fand es auch geil und dann war ich halt auch gerne mit dabei. Musik Ich bin Blüte, zum Begriff, zum Begriff, zum Begriff, zum Begriff, zum Begriff. Ich bin Blüte, zum Begriff, zum Begriff. Wir sind Blüte, zum Begriff, zum Begriff, zum Begriff, zum Begriff. Wir sind Blüte, zum Begriff, zum Begriff, zum Begriff. Wir sind Blüte, zum Begriff. Wir sind Blüte, zum Begriff. Ich bin Blüte, zum Begriff, zum Begriff. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Das war Quantil und ich sage es immer wieder, weil wir supporten ja die regionale Newcomer-Musikszene und geht auf die Seiten der Jungs. Die sind bei Backstage Pro zu finden, liked sie und ladet sie zu euren Konzerten ein. Die zweite Band, die an dem Abend gespielt hat, bei der vierten Newcomer-TV-Nacht, ist eine Band, die im weitesten Sinne seit ein paar Jahren in der Nachtparty-Szene unterwegs ist, die gecovert haben, gejammt haben. Das heißt, die kleines Besteck und sind dann auf irgendwelchen Partys in Kneipen, in kleinen Bars aufgetreten und haben das Nachtleben quasi auf den Kopf gestellt, das Frankfurter Nachtleben. Großartige Musiker, ich habe, es gibt ein paar Videos auf YouTube, ich habe mir ein paar Sachen angesehen und so und bin total steil gegangen auf den Sänger, der einfach fantastisch singt. Und sie haben ein so unglaublich druckvolles Set hingelegt bei der vierten Newcomer-TV-Nacht, das möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ladies and Gentlemen, viel Spaß mit den unglaublichen Jam-Box. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ihr seid im Grunde genommen für mich eigentlich eine ideale Partyband. Also so für das Nachtleben, also so für Leute, die zufällig in irgendeinem Club vorbeikommen und dann sehen sie euch da hinten irgendwo vollkommen unvorbereitet, aber ihr holt sie alle ab und die sind dann am Tanzen und lieben die Welt. Ist das auch so ein Konzept, mit dem ihr auch in der Zukunft unterwegs sein wollt oder wollt ihr schon Alben produzieren und auch ein Label haben und dieses Ganze mit Videos und so oder ist das eher euer Style? Also ja, wir selber sagen, wir sind so eine High Energy Band, also wir lieben es ja auch so diese Energie rauszulassen und irgendwie ist das von alleine passiert, weil Andy halt sauviel Energie hat, Duschko hat es, Daniel hat es. Ihr habt alle Energie? Ja, aber wie hey, wir trinken sehr viel Red Bull am Tag. Nee, aber auch natürlich jetzt das, wo sich das jetzt mit der eigenen Musik entwickelt hat, es ist halt nochmal ein Drauf. Also man muss auch bedenken, wir machen das, weil es uns Spaß macht, es ist unser Job und warum nicht ein bisschen mehr rausholen? Und dieser Schritt für die eigene Musik, das ist tatsächlich für uns ein sehr großer Schritt geworden. Ich muss uns ein sehr viel Zeit. Eure 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 Searching for the answers The mystery enhances It's a catfight to feeling Emotions slowly creeping I'm losing all control I serve it to your soul Will it all? You push me up and pull me down You're everything I bring Emotionally immature You're serving your own needs I try not to need you I try not to leave you away If we go out, you bring me here You're screaming shy But I forget I think to know what I'm seeking If you have a lot If you have a lot If you have a lot Go away The neutral myth The evil thinking If you have a point If I can find you The evil thing to be Like you is Die Halle hat gebebt, Jambox haben die Bühne zerlegt und einen wirklich sehr, sehr, sehr tiefen Eindruck bei uns hinterlassen. Und ich hoffe auch bei euch, das war es schon wieder für heute, die Newcomer-TV-Magazinsendung geht ihrem Ende entgegen. Ich hoffe, wir haben eure Nerven ein bisschen kitzeln können und vor allen Dingen 2023 ist das Jahr nach Corona, wo es wirklich wieder losgeht. Also geht raus, geht auf die Open Airs, es finden unglaublich viele Veranstaltungen im Augenblick statt. Ich möchte euch zum Beispiel die Sommerwerft vom 21. Juli bis zum 6. August ans Herz legen und das Stahlburg-Festival, das heißt, aber da erzähle ich euch das nächste Mal von. Auf jeden Fall geht raus, supportet die regionale Musikszene und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war der unglaubliche Jochen an der Kamera und der Seppel am Mikrofon für euch hier für das Newcomer-TV-Magazin. Tschüss, Arrivederci, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Arrivederci.